So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Ja, wie ja Keine Ahnung, was ich letztes Mal machte, damit ich hab schon nie vergessen Egal Ja, ich nehme jetzt mit 30 FPS aus, also mit 15 mehr Davor hab ich mit 15 aufgenommen und ich finde das läuft eigentlich recht gut Und, ja, ich hab auch schon so eine kleine Idee, wo wir hin müssen Nämlich da hinten in die Tür da Wir haben zwei Wege zur Auswahl Ich will einfach mal den hier, so Äh, hier kam ich nicht her Ja, hier kam ich auch, scheiße Gut, ich kam hier her Das heißt Wo muss ich lang Komisch Gucken wir uns da nochmal um Ist auch nichts, ne? Äh Also auf jeden Fall, hier rüber ist doch eigentlich Richtig, oder? Oh, fuck Nicht bewegen Nö Ich guck mich mal hier um Ja, doch, doch, das sieht Das sieht doch schon Oh, diese ekelhaften Würmer Ich lieg gleich im Stern, weil ich hier gleich Abkacke Und warum kann ich hier nicht durch? Warum kann ich hier nicht durch? Fail Hallo Was ist das denn? Komm, kann ich mich jetzt eigentlich auch sterben lassen, ne? Naja Egal, machen wir nochmal Also hier muss es doch irgendwas geben, was Richtig ist Wenn ich die Tür aufmache Ist hier nichts Ach, das geht so Okay, ähm Ich hab den Weg gefunden Der ist bloß, denk ich mal, ein bisschen schwer Deswegen muss ich mich jetzt beeilen So Der ist echt ein bisschen schwer Muss man wirklich dazu sagen Dass das Kein Zuckerschlecken hier ist, so Alter, wie weit der Weg ist Oh Gott Erstmal speichern Akku, meine Leben laden sich wieder Was ist das? Leute Ähm Ich will ja nichts sagen Aber Was ist das? Speichern wir mal hier Ist das Schleim oder was? Okay Okay Oh je Alter Was ist das? Ach du Scheiße Ist das noch da? Ist das noch da? Au Ist das Behindert Au Ich kann das Wasser gar nicht schießen Oh ist das Schade Aua Au Aua Alter Wie aggressiv ist das denn? Aua 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 Ja Wie willst du das denn? Ja Wie aggressiv ist das? Okay Äh Ich will nichts sagen Aber Naja Ne Habe ich dir vielleicht eine kleine Idee Wie man Das Ach du Scheiße Speichern 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 So Was sind wir denn hier? Äh Also Ich sehe hier nichts Ach ich muss dagegen laufen Jetzt habe ich da extra so ein Ding hingeworfen Scheiße Gut Dann hätten wir das auch geschafft Ich diese Dinger hasse Der schöne alte Ducksprung Aber ich weiß nicht ob der funktioniert Ich glaube nicht Ich finde die vielleicht irgendwie schieben Ich glaube nicht ne Brauchen wir die nicht Aber die brauchen wir gar nicht Okay Okay hier wimmelt es also von Gegnern Ist nicht schön Und hier ist wieder diese Glibberschleim Und das Vieh kommt bestimmt gleich wieder Au Leg doch nicht hier so rum Du Spiel Äh Was ist das? Was ist das? Ach Ach Er rutscht gefahren ne? Ja toll Sagen sie mir jetzt Oh Das kann man nicht schieben Speiten Gut das Vieh ist hier Das Vieh ist hier schon mal nicht Das ist gut Hier muss ich Anlauf nehmen Und zack Und ich fail Oh hier sind diesmal zwei Schön Alter müssen die mir so Angst machen Das ist ja heftig Gut wir müssen darauf landen Das heißt Genug Anlauf nehmen Und zack Fail Oh man Wie aggressiv Ist klar Drecks Wie soll ich das spiel? Hör auf Hör auf Das mag ich nicht So Oh wieso schaffe ich den scheiß Sprung nicht? Mann und die scheiß Viecher können wir auch nicht in Ruhe Das wollen wir hier keine Hobbys haben Ach da kann man Ach so Okay Au Au Ja gleich zwei Mhm Ist klar Einfach mal drüber gesprungen So Also erstmal Da Oh wie rutscht der mal ab? Auf zu laggen Spiel Einfach auf zu laggen Wie das einfach laggt Moment So Dritter Cut Und ich hab so das Gefühl Es würde gar nicht langen müssen Ich versuch das die ganze Zeit Aber Ja ich hab's geschafft Und nein Mann ist das gemein Schafft man das schon mal Und Oh Ey dieses Was ist das für ein Scheiß Zeug So Eben grad hatte ich es doch noch Eben grad hatte ich es Verdammte Kacke Wie oft soll ich das versuchen Mann Ich glaub ich mach gleich mal einen Cut Und dann mach ich das mal Off Screen wieder Weil ich es einfach nicht Schaffe Gut Bis gleich So Gleich beim ersten Mal geschafft Das war schlecht Ich speichere mal Okay da kann man nicht lang So Ich mag unter Wasser Levels nicht So Ich würde dann mal einfach sagen Dass ich hier erstmal Für heute Schluss mache Für heute Für heute Ja Für heute Ich mach heute mal Schluss Und ja Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und Ciao Bis bald